Seit mehr als 27 Jahren engagiert sich Herbalife im Bereich Ernährung. Unser Ziel ist dabei, Menschen beim Führen eines aktiven, gesunden Lebensstils zu unterstützen, was ihnen hilft, besser auszusehen und sich besser zu fühlen. Millionen Menschen verwenden unsere Produkte täglich mit beeindruckenden Ergebnissen. Unser breites Produktsortiment ist ausgerichtet auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse. Von der Gewichtskontrolle bis zur Verbesserung von Fitness und Energie, von gezielter Nahrungsergänzung bis hin zu Produkten der Haut- und Körperpflege. Bei Herbalife arbeiten wir mit großem Einsatz daran, Lösungen für sie zu entwickeln. Vor vier Jahren habe ich das Basis-Gewichtskontrollprogramm von Herbalife kennengelernt. Und nach kurzer Zeit fühlte ich mich viel, viel fitter und vitaler. Beim Sport hilft mir Formular 1 optimal bei meiner Regeneration. Ich bin begeistert. Ich bin Krankengymnast und Nordic Walking Instructor und sehr aktiv. Ich arbeite sehr viel und seitdem ich Lift aufnehme, habe ich einfach gemerkt, es geht viel, viel, viel leichter. Ich benutze die Skin Activating Produkte schon seit einigen Monaten. Es ist wirklich toll, eine Hautserie zu haben, bei der man wirklich einen Unterschied merkt. Mit dem Herbalife-Engagement für weltweit gute Ernährung hat sich bis heute ein Netzwerk von über eineinhalb Millionen selbstständiger Berater in über 65 Ländern gebildet. Millionen Menschen haben so die Möglichkeit, die Vorteile der Herbalife-Produkte kennenzulernen. Und sie können dies auch. Selbst die internationale Geschäftswelt hat Herbalifes Einsatz für gesunde Ernährung sehr wohlwollend aufgenommen. Im Jahr 2004 wurde Herbalife an der New Yorker Börse gelistet. Der Brutto-Umsatz des Unternehmens lag bei über 3 Milliarden US-Dollar. Aber wir fangen gerade erst an. Mit dem Vertrauen der Kunden und Berater wachsen wir stetig. Diese Zuversicht mit Herbalife zu helfen, sich besser zu ernähren, war niemals größer. Die Zeit war niemals besser, um Teil von Herbalife zu sein. Unsere außergewöhnlichen Produkte basieren alle auf wissenschaftlichem Hintergrund. Millionen Kunden weltweit konnte geholfen werden. Unsere Marke ist präsenter und interessanter als jemals zuvor. Herbalife ist nun über 27 Jahre im Geschäft. Trotzdem, jetzt geht's erst richtig los. Unser renommiertes Team führender Experten in den Bereichen Ernährung und Wellness, einschließlich eines Nobelpreisträgers, bilden das ambitionierte Beratungsgremium für Ernährungsfragen, das davon überzeugt ist, mit Hilfe der Wissenschaft beste Produkte für die Ernährung entwickeln zu können. Es gibt eine Verpflichtung, dass alle Herbalife-Produkte dem höchstmöglichen Qualitätsniveau entsprechen. Meiner Meinung nach benötigt diese Branche Produkte, die funktionieren. Das ist nur möglich auf einer tragfähigen, wissenschaftlichen Basis mit entsprechenden Inhaltsstoffen, den entsprechenden Mengen für eine entsprechende Verwendung. Wenn das gesamte Produktsortiment so konzipiert ist, dann ist das Unternehmen richtig gut aufgestellt. Daher bin ich sehr stolz darauf, mit Herbalife zusammenzuarbeiten. Herbalife ist eine besondere Art zu leben. Wir sind davon überzeugt, zu einem gesunden, aktiven Lebensstil zu ermutigen. Regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten, viel frisches Obst und Gemüse, ausreichend Wasser und Bewegung und natürlich die Unterstützung durch individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Herbalife-Produkte. Auch in der Sportwelt wird unser Engagement für einen gesunden, aktiven Lebensstil großartig angenommen. Der Umfang an Berichterstattungen vieler gesponsorter Weltklasse-Athleten ist so umfangreich wie nie zuvor. Sie können sogar Top-Athleten wie zum Beispiel David Beckham sehen, die das Herbalife-Logo auf ihren Trikots tragen, denn wir sind offizieller Ernährungspartner der Fußballmannschaft LA Galaxy, in der er spielt. Dieses Sportsponsoring rund um den Globus hat das Leben vieler Menschen verändert. Viele, die bisher nur am Rand standen, sind jetzt Teilnehmer. Plötzlich laufen Menschen, die sich früher niemals hätten vorstellen können, selbst aktiv dabei zu sein, mit fliegenden Fahnen über die Ziellinie. Sehen Sie auf dieser DVD, wie Herbalife Ihnen helfen kann, Ihre Ziele im Bereich Wellness durch bessere Ernährung zu erreichen. Wir laden Sie ein, sich einfach zurückzulehnen und den Rest des Programmes zu genießen. Mit einem Einblick in die Welt der großartigen Herbalife-Produkte bekommen vielleicht auch Sie eine Anregung, einfach besser zu leben, wie auch schon Millionen andere Menschen. Hallo, mein Name ist Luigi Gratton. Ich bin Vice President im Bereich Training und Mitglied im Beratungsgremium für Ernährungsfragen von Herbalife. Heute möchte ich Ihnen sowohl Informationen zur Wissenschaft hinter den Produkten geben, als auch zu einer Ernährungsweise, die zu einem gesunden, aktiven Lebensstil beiträgt. Unser Produktsortiment kann individuell zusammengestellt werden, entsprechend Ihrer spezifischen Bedürfnisse und Ziele. Auf der DVD wird gezeigt, wie Herbalife-Produkte Ihnen helfen können, sowohl Ihr Gewicht zu kontrollieren, Ihre Fitnessziele zu erreichen, gut auszusehen, indem Sie Ihre Haut und Ihren Körper pflegen, als auch Ihre spezifischen Ernährungsbedürfnisse anzugehen. Alles beginnt damit, Ihre Ernährung in eine Ausgewogenheit zu bringen. Wie, das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Ich habe mich beruflich größtenteils mit den Auswirkungen von Ernährung auf den menschlichen Körper befasst. Ihre Gesundheit wird davon beeinträchtigt, dass Ihr Körper unterversorgt ist mit essentiellen Nährstoffen, die er für sein richtiges Funktionieren braucht, kurz Mangel an ausgewogener Ernährung. Viele von uns führen ein stressiges Leben und für die Zubereitung einer gesunden Mahlzeit bleibt kaum Zeit. Die heutige Ernährung besteht zunehmend aus Fast Food und Snacks. Diese geben dem Körper aber nicht genügend Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und Proteine. Die Wahrheit ist, dass eine hohe Anzahl von Menschen keine ausgewogene Ernährung zu sich nimmt. Es gibt viele Gründe dafür. Schuld sind große Portionen, Snacks, Sandwiches und ungesunde Fertiggerichte. Außerdem spielen Mangel an Zeit oder Wissen sowie der fehlende Wunsch, etwas zu ändern, eine Rolle. Ein ausgelassenes Mittagessen wird einfach durch ein größeres Abendessen ersetzt. Das bedeutet, dass viele von uns den Tag über keine gesunde, ausgewogene Ernährung erhalten. Hier ein nicht optimales Beispiel. Einige wählen einen Hamburger mit Pommes und einem zuckerhaltigen Getränk, während andere einen Donut, Muffin oder Kuchen bevorzugen. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, dass diese Art von Essen reich an Kalorien, Fett, Zucker und Salz ist. Ein Hamburger hat alleine schon über 500 Kalorien und ist arm an Ballaststoffen, Proteinen, Vitaminen und Mineralien. Was Ihr Körper braucht, ist eine ausgewogene Ernährung. Mahlzeiten mit einer angemessenen Kalorienanzahl, guten Proteinquellen, ausreichend Ballaststoffen und essentiellen Vitaminen und Mineralien. Wie fänden Sie es, wenn es dafür eine einfache Lösung gäbe, wie einen Shake, den Sie in weniger als einer Minute zubereiten könnten und der Sie mit allen Nährstoffen versorgt, die Sie brauchen? Unausgewogene oder schlechte Ernährung hat auch viele gesundheitliche Auswirkungen, einige sichtbarer als andere. Eine sichtbare Konsequenz ist Übergewicht. Über eine Milliarde Erwachsene sind übergewichtig, darunter 300 Millionen, die laut Weltgesundheitsbehörde als fettleibig gelten. Weniger sichtbar sind einige chronische Krankheiten, die in Verbindung mit Fettleibigkeit entstehen, wie Herzprobleme und Diabetes Typ 2, die oft durch veränderte Ernährungsgewohnheiten und mehr körperliche Aktivität vermieden werden könnten. Zu wenig zu essen ist genauso schlecht wie zu viel. Auch wenn Sie die Vorstellung haben, sich gut zu ernähren, können trotzdem einige wichtige Nährstoffe fehlen. Zum Beispiel sollten Vegetarier sicherstellen, dass sie genügend Vitamin B12 bekommen, was wichtig ist für ein gesundes Nervensystem. Ein anderes Beispiel, Obst und Gemüse. Jeder sollte versuchen, mindestens fünf Portionen täglich zu essen. Allerdings finden es einige Menschen schwierig, diese Menge zu erreichen, während andere sogar denken, dass Pommes bereits eine Portion Gemüse sind. Zusammengefasst in neun von zehn Fällen realisieren wir nicht, welche Auswirkungen unsere Nahrungsaufnahme auf uns hat, auch wenn Sie diese jetzt noch nicht an Ihrem Körper feststellen. Ein Mangel an ausgewogener Ernährung kann später zu gesundheitlichen Beschwerden führen, aber all das kann man ändern.